So, hallo und da sind wir schon wieder zu Let's Play Bioshock und ich habe immer noch genauso wenig Ahnung wie vorher, aber ich glaube, unser Schrotmoni, den ich nicht hinnehmen kann, wir müssen da gar nicht durch, sondern wir müssen noch woanders hin. Ich glaube, der Erste bekommt uns von daher. Ich glaube, der Erste war nämlich der, den wir schmacken. Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Oh Herr, ich habe dich für Geld verraten. Was du wirst denken? Ich möchte noch hinfinden. Big Daddy. Zeitweise dachte ich, es wäre das Paradies. Ich glaube, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Aber als die Deutschen in ihrem Bahn sich dann in Hitlers Scherz stürzten, um das tausendjährige Reich zu erschaffen, begannen die Amerikaner, von einem Moschistisch Gift zu trinken, und dass Roosevelt und seine Lakaien innen einflößt. Aber die Schrot ist schon nicht da. Müssen wir leider in die Mine reintreten. Die Amerikaner ist tatsächlich nicht dabei, wie sie aussieht. Genbank. Brauchen wir nicht. Ist da für unser Lieferstor noch irgendwas drin? Nein, natürlich nicht. Nachladen. Verkaufsautomat zu. Wir haben Geld. Wir haben das, was wir haben, mit Hecken, mit Hecken, mit Hecken-Tuch, wie ich Schrot kauf. Aber ja, ein bisschen Schrot habe ich ja noch. Wir haben das, was wir heute in Hustlinien. Ach so. Ja. Ich hab dann mit Hecken-Tuch. und da bin ich gerade aber da war ich ja schon 10.000 mal und da ist nichts dort ist noch immer ein dritter ist ein Jet Postel Jet Postel, Jet Postel Wo ist das? Das ist die Frage, wo ist das? Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier irgendwo ist, aber da komme ich ja nicht hin da wir nicht hierher können Kiff da noch Kiffen Kiffen sie nimmer Ich war ein Daddy Was ist das? Durch? Eigentlich nicht, oder? Kontakt geben, dann können wir trotzdem mitnehmen Nein, nein, die andere nicht So Die Spitze Die noch nicht Kannst du herausschießen Das ist schon mal sehr schön So, Toilette benutzen brauchen wir nicht Interessiert kein Man muss nie pinkeln Männer Männer pinkeln nicht in solchen Situationen Schlachten Boah Einmal hoch, hab ich hören Daddy irgendwo Eins Kasten Nimmer mit Waren wir auf jeden Fall auch schon Meine Sister glaube ich gerettet Noch nicht Am 5. Alarm hier schon Wo ist der letzte Splessor? Genau, und jetzt sind wir wieder hier Der Marscher Das gibt's doch nicht Hm Ich komme einfach nicht weiter Ich finde diesen Scheiß verfickten Splissor nicht Wenn ich nicht über die ganzen Schrot die ihr euch vorhin so vergeblich gesucht habt fliegen hier ab Ritze rum Hier haben wir ein Foto-Operat mit Falls ihr da sein solltet Bitte kommen Ist der? Ist der? Ist der? Ja Endlich Nein Ich hab ihn gefunden Ich hab ihn gefunden Ich hab ihn gefunden Ich hab ihn gefunden Ich hab ihn einfach da rein Uh, endlich Ich freu mich jetzt Hier sind die ganzen Schrot die ich vorhin nie gesucht hab Liegt halt einfach hier rum, weißt Voll zum Reiern Dann Kürze Minis So, wir behalten ab Und save Den wir knappe Nein Pecken wir nochmal Uh, uh, das ist aber schwer Scheiße, scheiße, scheiße Den da hin Den da hin Da hin Da hin Uh, der geht doch nicht ganz frem So, dann Den da Den da Uh, da Völkreiches Hecken Untersuchen Panzerbrechende Patronen Ionischer Schrot Und Ei Hier. Hup. Boah. Kannst noch mehr, Alter. Aha. Verstand noch etwas. Ja. Schmittlerkiste. Nochmal eine. Da gibts auch nichts. Da ist auch nichts drin. Da auch nichts. Auch nicht. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier. Ist nur zurück. Sie ist mein kleines Mädchen. Sie hat meine Augen. Siehst du? Hast du... Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen. Was ist das? Ja. Jetzt gibts hier nichts. Holen wir zurück. Happy Club ist etwas ruhig. Klar. Aber ich freu mich gerade auch immer nicht, dass unser Chef Bläser eigentlich davon hat. Weil ich kann es eigentlich auch ganz der Produkte anders sehen. Wir alle bewegen die große Kette. Und die große Kette bewegt uns. Da hat er immer noch vorweigelaufen. Meine Frau Moira geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles. Und sie ist wunderschön. Ich fürchte. Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Und dass unser Leben sollte dadurch besser werden. Jetzt ist das toll aussieht. Und das kann man eigentlich sein. Der Big Daddy, das ist auch noch eigentlich so, oder? Stimmt. Such dir ein besseres Versteigungs. Jep. Das ist ja nicht so. Sollte vielleicht ein bisschen... Vielleicht ein bisschen... Vielleicht ein bisschen... Sollte vielleicht ein bisschen... Scheiße. Jetzt habe ich nicht auf mein Leben sitzen gehalten. Fuck. Hoffentlich ist es nicht so weit jetzt weg. Hoffentlich ist es nicht so weit jetzt weg. was muss verblieben? dann steh ich gleich wieder hier jetzt gucken wir mal dann ist das schon richtig komm ran, tschüss ja, ich rette durch hier sind wir und gott die Bier kann sie töten so haben wir den auch schon fertig die Nietenpistole, hat die noch was für uns? Nein Zeit für die Haie, süßer Engel wer war das? ja, das ist gut ein sie wollen nichts von dir du bist noch ein kleines Kind ok, war das hochwesend auf der anderen Seite gewesen? ok 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 12, 13 dunkel 3 Spitze brauchen wir im Moment nicht Kessel, das kriege ich auch nochmal nach Pörbas wunderbar Wir alle haben Rechnungen zu bezahlen und die Versuchung besonders drin, oder? Gar kein Auto, die da halt. Sowieso da. Okay. Ja, kann ich ja noch zurück hier. Oh, da kommt grad jemand hoch. Ein Tonikum. Wenn sie mit Gegnern kämpfen, die größer oder stärker sind als sie, müssen sie jeden Vorteil nutzen, mit dem sie bekommen können. Mit Wrench-Lucker sind sie im Vorteil, wenn sie Gegner vorbereitet treffen. Oh, das ist ein Schmesser. Ja. Verhalten Sie sich nicht mehr. Ich mache hier nochmal ein Foto von der, dem. Das kann nie schaden. Du Alter, das müsstest auch gar nicht können wie vor Benz-Kästen verwendet werden. Wunderbar. Ja. Das nimmt immer schön nach. Das tut dann fast gar nicht. Ist gut. Da pisst sie sich wieder. Ja, ich will dich haben. Aufnahme. Besser. Ich habe dich erforscht. Komm rein und zeig mir deine Schnappschüsse. Deine Schnappschüsse. Okay, zum Automaten habe ich den schon gehackt. Eißfischspritze Filme brauchen wir im Moment nicht. Da haben wir noch ein paar Pistolenkugeln. Brauchen wir auch nicht. Brauchst man das weiße, meine ich. Wow. Schrotmoni könnten wir mal brauchen. 54 fürs Scheck. Oh mein Gott, das ist teuer. Wird doch eine nämlich mit, so. 6 Stück. Bis dahin. Zack, zack. Wo? Bandskäst brauche ich im Moment nicht. So. So. Okay. Und deine Schnappschüsse.